Sooo und damit... Ups, hallo und herzlich willkommen zu Ups-O-Network.com Das... Ich hab immer brav Animes, die sind toll. Genau. So, der erste... Wer hat keinen Bock mehr? Colin hat jetzt übernommen. Der Zombie beschwert sich. Was siehst du? Latsch! So schreien mal, weil es schön ist. Ach ja. Guck mal, was liegt da? Was liegt da? Was ist das? Geil, da kannst du drauf. Bänder wie Blümchen oder von der Blume. Das ist, äh, schlimmer. Da sind so viele Zombies. Da sind auch voll viele, hallo? Ja, sie sagt ja auch, sie warten aber noch nicht. Sie hat keine Ahnung, was da ist. Aber es ist ein Friedhof, also... Zwei Wege, sowas mag ich nicht. Na schon, wo wir... Oh geil, Grabstein, was steht drauf? Professor Chen! Oh, Chen ist wieder zurückgekehrt. Hey, take the rain! Ja, der war beim anderen auch dabei. Bei Pokémon, ähm... Chien ist der Beste, Mann. Nein. Chien ist der Beste. Was ist? Chien! Ne, Professor Chen... Ne, Professor Chen... Was ist das denn? Keine Ahnung. Das macht mir... Lass mal abreißen, dass es mir zu gruselig ist. Ey, lass mal abhauen, ne. Ach, Arsch! Ne, was... Was ist das? Das ist ein Golbert, Herrgott! Nein, wer fand's davor? Das ist so ein Flora-Golbert, keine Ahnung. Jetzt ist es Matsch. Das war eben zum Rocket-Typ, wo der Kopf hält, aber... Professor Chen, der war bei Pokémon, äh... Ja, wie hieß das? Ah, sie gerade auch nicht. Oh, fack, drückt. Pokémon in... in irgendwas mit I. Wie hieß das noch, das andere? Trang, 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 wenn noch ein Gegengift kommt... Nimm mich halt, naja. Wie hieß das denn, verfickte Scheiße? Ja, Nightmare. Guck mal Nightmare, ja. Da gab's Professor Chen. Nee, Chen. Ne, Chen. Mülltang? Nee, Donfahren. Donfahren! Donfahren! Das hat ich voll gefickt. Wie viel halten das aus? Na ja, Colin hat es zweimal getroffen. Da ist er nämlich gerade irgendein Mülltang. Ein bisschen. Na geil, ey. So, also, nochmal auf Anfang. Komm, Colin, warum nimmst du die? Ich schaff das auch mit einem Kaffee dadurch ohne Scham. Das wäre schon geil. Ja, wenn ich wollte, könnte ich das. Aber ich hab... Ah, irgendwie nicht so die Lust. Ich bin so unmotiviert. Verstanden. Ja, das kenne ich, ey. Kann mir auch mal so sehen. Kann passieren. Was ist denn das für ein Lachen? Das ist ein Ninja-Samurai. Ein Ninja-Samurai. Ein Ninja-Samurai. Das ist genau nicht mal. Doch, gibt es. Natürlich, wenn ein Ninja zum Samurai wird. Oder ein Samurai zum Ninja. Wenn ein Samurai. Ein Samurai-Outfit noch schon schwarzen. Die ganze Körbe auf den drüber einzählen. Das ist ein Ninja-Samurai. Nee, Ushi-Kuhu, ja? Das sieht aus wie Hanzo. Nee, Ushi-Kuhu, ja? Das ist so heftig. Das ist der Ninja-Samurai. Das ist der Ninja-Samurai. Das ist der Dämon-Samurai. Nein, das ist der Dämon-Samurai. Ja, aber wieso kein Hanzo dann... Nee, bei mir ist das ein Ninja-Samurai. Nein, das ist der Ninja-Samurai. Aber das ist der Ninja-Samurai. Du müsst ja doch nicht hier sehen. Ja, das ist der Ninja-Samurai. Alter Bene, ey. Was? Was ist das? Alter Arsch. Oh, das ist eigentlich wieder alles draußen. Alter. Wie ihr da gefunden? Geil. Nein, ich bin nicht. Ich mach mein Fenster auf. Na. Oh. Ach du scheiße. Alter Bene, ey. Ah, ist auch bei dir angekommen. Nein. Das ist, äh... Diffusion nennt man das, ja? Aber die Fuchsgase haben dich ja voll aufgepowert. Aber wie du das platt gemacht hast. Du lass gleich nochmal was ab. Äh... Nein, das wärst du schön. Was ist das? Luxo? Ne, das ist ein... Raff... 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 Dann ist es ein Schnorrad. Dann ist es ein Schnorrad. Dann ist es ein Schnorrad, Mann. Oder wie? Fuck. Das ist ein Zombie, Mann. Mensch, ruf da so, Mann. Raff... Raff... Ah, werde ruhig weiter. Nein. Siehste? Was hätt ich von Anfang an machen sollen? Das ist ein volles Bonus hier. Das war's schon davor. Die Musik wird lauter. Ja, irgendwas ist heftig geworden. Colin hat den Holzturm angesprochen. Es hat geholfen. Die... Äh... Invasion ist vorbei, hätte ich fast gesagt. Ja, klar. Wir gewonnen. Das ist doch... Quapsel... 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 Okay. Quapsel... Quapsel... Voll geil, ey. Techno-Zombie-Setter. Oh... Alter, was? Die Glatsche. Die ritten nebeneinander. Oh... Glücklich vereint. Sehr nett. So will ich das haben. Oh, komm hier, das sieht verdächtig aus. Wir müssen einverfickter Heeren kacken. Es werden noch einen Opfergaben gegeben. Wollen wir jetzt nicht Unigiri erhalten? Unigiri? Es bringt dir leider nichts. Das Ding ist 1000 Jahre alt. Weil das ein alter verkackter Tempel ist. Wow, wow, wow. Das ist wieder Retter, ne? Retter! Retter! Ach, Retter! Ah, boah, was ist gut? Giovanni, ne? Giovanni? Moment mal, das kann mich vergiften. Ja, wir haben zwei Gänge gefreut. Nein? So krass, Mann. Wow. Nice. Äh, wir müssen mit dem kommunizieren. Äh, mein Kopf! Boah, das war sehr riskant von dir. Ganz vermutlich. Das nennt man Haare. Was ist das? Was? Aare. Kann man das essen? Ja! Ja! Also Essen kann man nicht schon, aber ob die schmecken wird? Ja! Schon mal Haare angezündet? Mann, das stinkt voll! Ja! Oh, sehr schön! Oh, ha! Das sieht so nach Ende aus, hast du das Gefühl, oder was? Das hier soll ja die Lösung sein! Ja! Die stylische Musiker! Ja, es wird immer heftiger alles! Na komm! Er lernt gerade Treppen zu fallen! Oh! 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 Wer dich verarscht hat! Ich war jetzt aus! Er fühlt sich toll! Er hat sich eingezwirrt. Äh, äh, äh! Okay, guck mal auf! Ja, genau! Sehr schön brechen! Alles sieht lustig aus! Warum denn liegen da überall Bandagen rum? Warum denn? Bandagen sind cool! Okay, Schleimer! Blup, blup, blup! Blup, blup! Ich kann den Slimer zum Zombieren, der ist ja nur Schleim! Ja! Zombieschleim! Hallo! Nein! Bam! Das war, das war sehr gekonnt! Also, gekonnt ist eben gekonnt! Von 9 kommt schon der nächste! Wir werden sehen hier rein! Wow, wow, wow! Ja! Von dem hier gerade voll auf Whisiko! Guck mal, jetzt ist es auf dem Matsch schlecht geworden! So langsam, nehm! Oh! Kannst du speichern? Nee, Moment, reicht's noch! Kannst du hier speichern? Den da besiege ich erst noch! Dann passt es irgendwie zu der Musik zu diesem Spiel! Ja, scheiße, ey! Das ist voll geil! So ein Remix! Und die hat auch so abgedanzt! Yeah! Seht nur noch Discoquallen! Man, was ist ihr scheiß Problem! Das will nicht nochmal getötet werden! Dann möchte man sich das einfach erleben! Ja, können ja attacken! Ah, verdammt! Das ist gut, das andere so nicht! So, mal schauen, was als nächstes kommt! Dann überlegen wir die Beere zu nehmen! Hört ihr an wie die Slimer! Die goldene Beere! Jetzt hört sich noch Slimer an! Wahrscheinlich Mewtwo so! Ja! Kompressionen und reißt sich auseinander! Das ist ein Rifter! Da nehme ich doch mal ne Beere! Dann ist auch der Remix wieder weg! Verdammt! Alleine die Beere war voll mächtig! Hat 5 gebracht! Wir hatten ja noch von 4.10! Oha! 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 Nicht so ein Spiel! Nein! Ja! Fick dich! Fick dich! Ähm! Ich hatte dir vorgeschlagen zu speichern, ne? Nein, hattest du nicht! Doch! Hatte er! Nein, hatte er nicht! Booyah! Pia hat's gesagt! Du kannst nichts dagegen machen! Nein! Warum sagst du ihm das? Wäre viel witziger gewesen, wenn er da reingegangen ist! Ich hab das! Oh verdammt! Mann! Ne geil! Das ist immer so! Verdammt! Ah! Da kann ich erstmal... Nein! Piep piep! Piep! Immerhin geht er raus! Was? Meuer Beufe! Wie oft du hintereinander kannst du einen Glut einsetzen! Siehst du den blauen Walten oben? Ja, ich mein' aber... Da geht er weniger weg, wenn du Glut... Nee! Bei Glut geht er komplett weg! Bei Schlitzern bist du nur zur Hälfte! Bei Schlitzern fallen wir jetzt zurück! Was heißt bei Schlitzern und durch? Ja, wir haben ja Schlitzern gut! Ja, Kratzer meine ich! Kratzer war auch nicht mehr! Nein, hatten wir aber mal! Und dann ging die Hälfte weg! Genau wie bei Schlitzern! Nimm doch mal deinen Kredel richtig hin! Guck mal! Links, rechts! Ah! Du meinst, man sieht jetzt wie aus Cholera liegen! Ja! Ah! Dann weißt du, ich bin bald ein bisschen mehr aus! Setzt gleich ein die Bäre, aber was soll's! Ich kann über die Lust verspeichern, genau! Die Gegner hat sie fertig! Oh! Musst du einschaffen! Ich geh wieder zurück! Scheiss doch, weil! Haben volles Leben und ne Ebene gesichert, quasi! Das wir uns jetzt speichern! Das muss sie sein! Das muss sie sein! Weil er der erste Gegner da war! Ich frag dich, wieso bin ich jetzt einfach hier zu warten? Können wir Bianca fällig jetzt in der Stadt? Dann gehen wir mit zusammen da runter! Weil sie ewig braucht! Oder warum gehen die nicht ab alle? Sie ist genau dann fertig, wenn wir fertig sind! Was wohl passiert, wenn man jetzt die Arena wieder verlässt? Der sagt dann, oh ich kann hier nicht raus! Dann sieht man Bianca mit Mülltank und... Ja, okay, lassen wir das! Und die machen eine Disco-Rave-Party? Das wäre dann... Tür zu, Bene! Also Bianca und Mitter! Tür zu! Ein bisschen Frischluft bitte! Ja, dann machen Fenster auf! Frischluft haben wir alle nötig! Danke! Wir wollen eben so gut und jetzt die Frischluft geschenkt! Ja, weil Frank ist... Ja, das Ding ist einfach für den Arsch! Das ist irgendwie Milchheit, also scheiße! Ja, fang nochmal von vorne an! Du hast eben gerade gespeichert, das ist nur ein bisschen weh! Ja... Das ist der schnellste Weg! Du, 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 du! Ja? Start beenden! Das... Ey, Rene! Geh ne! Oh! Schluchzwelt! Geh weg! Die Schluchzwelt ist aberartig! Äh! Äh! Ich hätte in der Schluchzwelt liegen auch so leichten, ey! Ja, egal ist! Hä? Wie wäre in der Schluchzwelt liegen auch so leichten? Absolut! Wahrscheinlich! Bestimmt! Ich weiß nicht was, ich weiß nicht was, ich weiß nicht was da auch mal ein Feuchten geht, wo du weißt was da alles entstanden ist! Obwohl, ja das lief doch ganz gut! Oh, ein Treffer muss das einstecken! Ah ne, das ist ein Manky, oder? Oh! Ja, das kann dann... Nö, jetzt war's noch ein Manky! Es ist ein Haufen Matsch! Ein blauer Manky! Wow! Ja, okay! Das war voll Doppel-Team, ne? Schatten-Doppel-Team, ne? Das Ding ist übermächter! Ne, die Tiefbahn! Zack! Einfach weg! Ja, komm doch einfach! Das ist echt was für viele Stünder eigentlich mit uns! Das war Kavarini! Das ist aber nur... Das ist der Endboss! Der Stünder! Ja, hier ist Bianca! Ja! Oh, mein Gott! Ich hab' die Milchstuße bekommen! Womit nicht, da muss eigentlich kein Milchgetränk mit dir geben! Ah, das ist ja! Nein! Oh Gott! Nein! Man versteckt sich in der Leiche! So, was denn? Ne, da war ja nichts! Ne, da war ja nichts! Nein! Aber jetzt kommt Slime! Aber jetzt kommt Slime! Aber jetzt kommt Slime! Aber jetzt kommt Slime! Man hat immer schon so schnell, als wir nach oben und nach unten gegangen sind! So seitlich sind wir langsam, aber wenn wir nach oben und nach unten gehen sind, gehen wir voll ab! Irgendwie! Das war schon immer bei jedem Spiel so! Ja! Ist einfach weniger als breiter als es hoch ist! Ja, ist einfach breiter als es hoch ist! Das war's! Boah! Mhm! Da ist Slime! Boah! Boah! Hallo! Sie läuft so super! Versuch so weit zu kommen, wie du kannst! Einfach! Mal sehen! Bühhh! Bühhh! Das ist so ein Frauen hat Männer gar nicht! Nee, das war ja krank aus dem Hintergrund! Das sind so die beiden zusammen! Die Geräusche sind ja auch immer doch! Ok, den Slime f***st du ein Arsch! Wie? War das denn ein Arsch? Weiß ich nicht! Das ist gerade weggehauen wo er gespuckt hat oder hat die Nervenrichtung gespuckt! Perfekt! Sooo will ich das sehen können! Ich konnte es eben gekonnt. Aha, deswegen kommt jetzt auch wieder der Remix. Jetzt musst du noch so schlecht lachen. Einfach laufen. Neue Taktik und so. Neue Taktik und so. Wenn's klappt, scheiß Troche. Je kann Taktik, wo du 1,4,4 hast, kommst. Ja. Wenn's klappt. Na, ging doch mal. Geh perfekt. Geh mir was da auch. So. Beim nächsten Mal fahre ich auch einfach durch. Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Das war die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.